Hallo, wir zeigen euch heute den schönen ganz Little White Church. Er hat drei Brücken und einen Restart. Die Brücken sind jeweils nach vorne mit einfachen Applejacks. Dann kommt nachher an der fünften Runde der Restart und in der siebten Runde die dritte Brücke. Die schaut dann zu dieser Seite aus. Das sind dann die doppelten Ladungen Applejacks. Okay, probieren wir es. Sieben, acht. Spitze, herrke, spitze, spitze, herrke, spitze. Heel, hook, heel und heel und heel und cross und heel und cross und heel. Start, flick, side, dreh, start, start, raus, rein und go, start, step, full turn. Rock, back, turn, rock, back, turn, schritt, start, rock, back, start. Die erste Brücke, achtmal Applejacks. Und eins und zwei und drei und vier, fünf und sechs und sieben und acht und von vorne. Spitze, herrke, spitze, spitze, herrke, spitze. Heel, hook, heel und heel und cross und heel und cross und heel und cross und heel. Start, flick, side, dreh, start, 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 raus, rein und go, start, step, full turn. Rock, back, turn, rock, back, turn. Schritt, start, rock, back, start. Und vorne vorne, spitze, herrke, spitze, spitze, herrke, spitze. Heel, hook, heel und heel und heel und cross und heel und cross und heel. Start, flick, side, dreh, start, start, raus, rein und go, start, step, full turn. Rock, back, turn, rock, back, turn, rock, back, start, rock, back, start, rock, back, start. Und Applejacks, eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und ein bisschen vorne. Da eine kleine Anmerkung zu den Applejacks. Also das bleibt jedem selber überlassen, wie ihr das macht. Laut Beschreibung ist die Wiederholung nur bei drei und vier nach links. Aber wie gesagt, das kann jeder machen, die Applejacks, wenn ihr will. Normalerweise Applejacks ist zweimal links, zweimal rechts. Okay, macht wie ihr möchtet. So, die Wiederholung, bitte. Und spitze, herrke, spitze, spitze, herrke, spitze. Heel, hook, heel und heel und heel. Und cross und heel und cross und heel. Start, fix, seit, drehen, start, start, start. Raus, rein und go, start, step, full turn. Rock, back, turn, rock, back, turn. Schritt, start, unten, vorne. Und spitze, herrke, spitze, spitze, herrke, spitze. Heel, hook, heel und heel und heel und cross und heel und cross und heel und cross und heel. Start, flick, seit, vor, ab. Start, start, raus, rein und go, start, step, full turn. Rock, back, turn, rock, back, turn. Schritt, start, rock, back, start. Jetzt beginnt der Tanz wieder von vorne, ohne Apple Jacks. Und auf dieser Seite kommt dann der Restart. Und spitze, herrke, spitze, spitze, herrke, spitze, herrke, spitze. Heel, hook, heel und heel und ran und jetzt kommt der Restart. Und spitze, herrke, spitze, herrke, spitze. Heel, hook, heel und heel und heel und cross und heel und cross und heel. Start, flick, seit, drehen. Start, start, raus, rein und go, start, step, full turn. Rock, back, turn, rock, back, turn. Schritt, start, rock, back, start. Jetzt kommt die letzte Brücke und zu dieser Seite jetzt 16 mal die Apple Jacks. und eins und zwei und drei und vier, fünf und sechs und sieben und acht und vorne. Spitze, herrke, spitze, spitze, herrke, spitze. Heel, hook, heel und heel und heel und cross und heel und cross und heel. Start, flick, seit, drehen. Start, start, raus, rein und go, start, step, full turn. Rock, back, turn, rock, back, turn. Schritt, start, rock, back, start. Aber die hatten scheiße. Zur Anmerkung möchte ich noch, dass es besser ist, wenn man mit diesem Tanz mit dem Rücken zum Publikum anfängt. Weil dann sind die Apple Jacks, die brücken immer zum Publikum nach vorne. Und das sieht, finde ich, einfach schöner aus, dass man auch die Reaktion der Leute sieht, wenn wir die Süße verdrehen. Viel Spaß.